Plump! Das ist doch der Dino-Five! Ja, der ist auch mal wieder dabei! Ich muss auch mal wieder andere Leute Leben zerstören! Warum nicht? Ja, du bist auch so ein Lebenszerstörer! Nein, du bist eher ein Lebensretter! Ich mache hier mal Sachen zu! Warum laggt das so? Es soll nicht laggen! Ich will nicht, dass es laggt! Apropos, ich muss erst mal die Sprache umstellen, warum der sich auch immer wieder auf Englisch gestellt hat! So! Let's play the Spaniole! Nee, better nicht! Lieber nicht! Lieber not! So, wo waren wir denn stehen geblieben? Reisetagebuch 2! Die Schattenwelt! Auch bekannt als die nicht ganz so helle Welt! Und wir spielen natürlich Singlespieler! Oder Einzelplayer! Wobei das viel geil sein muss! Oh, das haut rein! Definitiv! Auf die Schattenwelt! Abschnitt 1! Die Dönerwelt! Die verlorenen Wälder! Oh mein Gott! Da kann man ja so schnell von oben gehen! Und? Es ist schon große Stimmung! Link! Das ist der Wald des Lichts! Schreiben was! Ja, in den verlorenen Wäldern! Passt schon! Oder besser! Er war es! Nun wächst das Dunkel und die Luft steht still! Wie kann Luft stillstehen? Egal! Kann sie das? Pfff! Pfff! Frag ich mich auch! Da müssten wir ja erst... Müssten wir ja ersticken! Das wäre ja Vakuum, wenn die stillsteht! Ach egal! Ob sich hier irgendwo ein Hinweiser birgt? Zumindest versammeln sich hier viele wilde Kreaturen! Vielleicht kannst du von ihnen etwas erfahren! Ey, die haue ich eher kaputt, wie wenn ich von denen was erfahre! Hörst du auf die Fresse an und dann nachfragen am besten! Ja, wie heißt es so schön bei Gothic 3? Dann haue ich dir volles Pfund aufs Ma... Nicht du schon wieder! Wiii! 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 Näh! Den kann ich so nicht verarschen! Da brauche ich einen Greifenfeder dafür! Ja, der scheint ja Spaß zu haben! Das Dumme ist, ich kann den so nicht erreichen! Der da ja immer um mich rumkreist und durch seine... Ähm... Durch seine Zurücklassungen hier kann ich nicht durchrennen! Das... Da nehme ich Schaden! Iiii! Und wa... Was zum... Och nein, nicht du! Nicht du! Au! Ich krabbs dich! Ach, das sind böse Hände und die kann ich ja nicht mal... Ach nee, warte mal! Ich glaub... Ich lass mich mal davon holen! Das sind pädophile Hände! Ja, die ziehen mich nur in die Schattenwelt! In Anführungsstrichen nur und... Wie jetzt? Die ziehen nur einen runter! Die haben nur einen reingezogen! Und die anderen wollen sie wohl nicht! Hm! Ich kann aber auch nicht wechseln! Genialerweise! Egal! Ähm... Genau, hier komm ich ja zurück! So ein schönes Schattenportal! Okay, es gibt Schlimmeres! Was? Ja, so ein... So ein Glopsy hier zum Beispiel! Ah! Äh! Nein! Nein! Geh weg du! Geh weg du Pädoan! Okay! Hier geht's nicht weiter! Weil wegen Baum! Was hat das Make schon wieder damit zu tun? Das Make aus dem Spiel! Ja, es steht in mir im Weg! Wo ist Feuer? Nein! Geh weg! Ich brauch Feuer! Dann musst du ihn darum bitten dir aus dem Weg zu gehen! Oder ich bring ihn dazu! Nein! 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 Das lese ich gar nicht erst vor! Tingle ist mir egal! Perfekt Tingle! Ich hasse ihn! Boah! Wo sich diese Blitzis hier angreifen? Die sind ganz gemein! Die kennst du ja noch mal! Pritzeldinger? Ja! Pritzelschleim und... Oh ne! Typisch verlorene Wälder! Mal wieder unübersichtlich wie sonst was! Äh! Drei Felder kann ich glaube ich nicht überwerfen! Stirb! Du musst deine Brüder ja wirklich hassen! Was? Ich hatte gehofft, dass... Du! Hast Langeweile! Los Jungs! Formieren! Und es bringt... Nix! Bringt's was? Oh nein! Nicht ihr! Oh, die gefallen mir! Und ich hasse sie! OBSV Nordisk空 Apf. Tod! Nerv, 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 nerv! Was ist jetzt alle? Ja! Es ist ein Schlüssel! Was ist denn Doktor? Können sie mir das sagen?! Es ist ein Schlüssel! Mein Gott! wir haben ein schlüsselloch nicht ersticken ja keine diversitäten während ich trinke ich kann springen feige sau ich geh jetzt hier rein so ich wette da brauche ich wette da brauche ich den schlüssel ja jetzt gedacht wenn die level 2 wären dann würden die mir was müssen dann könnte ich nämlich über löcher und so drüber rennen aber ist klar ja aber da hier nirgendwo eine viel zum upgraden ist muss ich wohl mit einer greifen fehler zufrieden geben mit der ich jetzt erstmal meine bittere rache nehmen werde rache ist blutwurst warte mal verdammt nicht mit einer stampfattacke bringt was hält ja funktionieren können was nur los schatten kraft schaden wir keinen bock mehr pedohunt hat keine bock mehr aber ganz anders gratis kristalle für mich brutal 100 kristalle power up und ich bräuchte einen mundperler ich nicht aber wer sagt das portal hier was so glitzert und so geräusche macht natürlich es läuft alles prima dank garnon dem könig der finsten ist ja sicher wer sonst mr schweinekönig hat schon immer für viel viel freude und wohlstand gesorgt wie farty wer soll das sein nein farty ist out garnon ist der kirch der finstern ist ja farty ist out der ist außer moder fahrt ist so eigentlich mehr der coolere fiesling der legend of zelda reihe aber was soll's naja ich finde den irgendwie cooler als gern an ja ich mein halogenen ist ein schwein kann ich den nicht töten töten geht nicht was ne pedohunt hat da was strikt gegen na gut pedohunt neben nicht dann haue ich halt ab wo ist mein magisches pulver es gibt es nicht es gibt es hier leider nicht anscheinend weil sonst würde ich aus der streiche verwendet juckpulver et cetera so ein bisschen erst mal rache an dir du Mistvieh ich werde hier wäscher heißt das natürlich ich kann dich töten kann dich töten ich weiß ich töten kann ich kann dich doch irgendwie irgendwie bringe ich dich schon rum irgendwie wirst du sterben komm her du wichser oder bräuchte etwa eine greifen wird der 2 dieses fies verdammt hartnäckig das fies lässt sich nicht treffen vielleicht irgendwie eine andere formation oder so wäre auch eine idee anderer plan nicht so gut also treffen kann er dich auf jeden fall tut überhaupt nicht weh das sieht nur sehr schmerzhaft aus genau weiter macht das wirst du verdammt ich bring dich um bring dich um ihr könnt euch jetzt erstmal eine tasse kaffee machen das kann nur ein bisschen dauern ich will meine rache rache verdammt du ich kann ihn nicht leiden ich kann ihn nicht leiden ach komm der will ja auch nur leben ja der will doch auch nur kekse und alles ähm großer raum mit nix drin ich hatte recht es ist ein großer raum mit nix drin und bäumen du liegst falsch es ist ein großer raum mit gar nichts drin was so viel sogar ja es ist ein unterschied ja das ist ein unterschied das stimmt und dieser raum kann dir das auch ganz schön übel nehmen ach soll doch einen beschwerdeantrag einreichen nö der macht einfach eine zeit raum verzerrung gedöhnt sondern dann ist das was das telefonmasten machen was wir ja leicht da bleibst du hier hau doch ab nee hau ab 150 hihihi und was hier drin haha hab ich doch gesagt dass ich das ding brauch na na perle renne 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 und ich kann zuhauen hau sie den dinger in den kopf warum nicht Moment, damit kann ich aber jetzt... Tut zwar auch immer noch weh, aber ich kann die endlich umbringen. Aua. Ich glaube, das ist es nicht wert. Nö, nicht wirklich. Das ist es nicht wert zu sterben. Wobei es Spaß macht. Ich nutze gern Gegenstände als Waffe. Mal gucken, wie schaut es denn hier aus? So auf der anderen Welt. Haha. Ich kann Sachen anzünden. Leute, eure Welt ist ganz schön verschwommen. Und sieht kacke aus. Lampe. Brenn die Hülsterkampf. Anzünden. Burn, Baby. Sich selber anzünden sollte man allerdings nicht. Mach ich aber auch gern mal. Hin und wieder. So. Ich finde die Stimmen von den Kleinen so cool. Yay. Yay. Da hörst du richtig, dass sie gut drauf sind. Yay. Ah, halt, Moment, Moment, Moment. Ich hab ne Idee. Stopp. Ha. Ha. Ich kann euch zuhören. Hallo, der richtige Link, der ist immer total angepisst. Der schreit immer nur rum, ohne dass er irgendwie Freude ausstrahlt. Was? Oh, nice. Das mach ich doch oben gleich auch noch. Oder unten. Wenn's dafür Belohnungen gibt, die kaputt zu hauen, dann mach ich das natürlich. Ach nee, die hab ich ja schon kaputt gehauen hier. Glaube ich. You will eat some pie. Christmas pie? Ist ja Christmas. Oh my god, it's Christmas. Da kannst du durch. Dö, dö, dö. Hm. Na gut, geh ich erst hier lang. Oh, anzünden. Anzünden. Ne, he, he, he. Es brennt. Oh, oh. Bombs? Lass mich raten. Machen wir so, machen wir so und dann machen wir so und dann passiert da gar nix. Außer, dass ich Bomben habe. Vielleicht erlitt großen Schaden. Ich hab grad keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, 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 Moment, Moment. Böse Bäume? Die anderen Links müssen sich auch denken, warum laufen wir dem Kerl überhaupt hinterher? Tja, ich bin hier der große Obermeister. Ich bin der, weil ich das Original bin. Weil du das Original bist und in Bomben rennst und die anderen denken sich, Müssen wir dem hinterherlaufen? Kettenreaktion. Ich fucke das mal alles ab. Heil mal den ganzen Wald abfackeln. Warum nicht? Macht doch Spaß. Das ist besser, wie auf Drogen zu sein. Noch mal ne Kiste. Auf magische Weise aufgetaucht. Mit nem 50er drin. Soll ich mich jetzt toll fühlen? Ja, ein Fuffi. Ah, da kann ich mich schon eher toll fühlen. Du hast ein Herz für Kinder. Da hinten war auch noch eine. Nur so gesagt. Achso. Ähm. Toll. Feuer. Öl. Lamp oil. You want it? It's yours, my friend. Burn. Boah, das hat Bung gemacht. Alter, das ist geil. Nee. Tja, du like it. Tja, du like it. Was will der Ossi da eigentlich? Ossi Osborn hier. Verlaufen? Wie, wie, wie. Hahaha, verlaufen für immer. Du mich auch. Sündigen an. Oh, oh, das gefällt mir gar nicht. Bah, burn, burn. Nein, einfach nicht. Ich dachte, ihm gefällt das auch noch. Das hat mir gar nicht gefallen, was... Ja. Hallo, Bienen. BIEEEEES! Och, nee, jetzt sag mich. Ach, ich kann ihn nur wegdrängen. Ah, ich kann ihn nur wegdrängen. Ah, ich kann ihn nur wegdrängen. Schüch, kusch, 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 kusch. Aua. Und anzünden kann ich sie auch nicht. Böser. Versuch. Das ist worth a try. Mach ich auch noch, keine Sorge. Ey. Stirbbaum. Stirbmehl. Brenne. Okay, ein Großbrand verursachen. Klappt auch nicht, schade. Aha. Das ist echt noch nicht ganz ein Großbrand. Ich glaube, hier war ich schon. Ne, halt, da war ich noch nicht. Das ist aber böser. Immer wieder schön, wie alles brennt.